Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Freitag, den 14. Januar. Jetzt sind es bald zwei Jahre, dass wir uns mit Corona rumschlagen und öfter mal hat man auch den Vorwurf hören können, die Kirche sei abgetaucht und zeige sich nicht und sei nicht richtig präsent und habe nichts zu sagen und werde ihrer Aufgabe nicht gerecht in dieser Seuchenzeit. Und schon lange scheint mir, muss darauf vor allem eine Antwort gegeben werden. Die Kirche ist nicht nur die feiernde Kirche in den Gottesdiensten, sondern die Kirche ist auch und nicht zuletzt die dienende Kirche in den sozialen Diensten. Und da war sie und ist sie völlig präsent und oft tun die Menschen, die in der Caritas und in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen und Heimendiensten tun, tun weit über das hinaus, was man jemandem abverlangen kann. Und viele von ihnen sind auch wirklich schon, gehen auf dem Zahnfleisch. Also das ist die Kirche, wenn sie so etwas tut. Und ich meine, in diese Richtung heißt heute das Evangelium ein starkes Stück. Markus' Evangelium, der Beginn des zweiten Kapitels. Als Jesus nach einigen Tagen wieder nach Kafarnaum hinein ging, wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, wie kann dieser Mensch so reden, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr in eurem Herzen. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor alle Augen weg. Da gerieten alle in Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, diese vieler Besonderheiten, Willen, außerordentliche Erzählungen, die hat es mir auch arg angetan und immer schon beschäftigt, dass meine Fantasie, wie das ausgesehen hat, wie es dazu gekommen ist. Und mich erfüllt immer mit Freude und Begeisterung dieser Einfallsreichtum der vier Träger, Brancardiers in Lourdes, die den Gelähmten bringen und dann die Schwierigkeiten zu umgehen wissen, mit einer sehr beherzten und sehr invasiven Maßnahme, Dach kaputt hauen, das ist schon was. Und setzt sie einem hohen Risiko aus und sie machen das einfach. Und das ist die Kirche, wo sie der Wohlfahrt und der Gesundheit der Menschen dient. Der Menschen, sage ich ausdrücklich, nicht der Gläubigen. Denn Caritas dient nicht den Gläubigen, sondern Caritas ist die glaubende, hoffende und liebende Kirche, wenn sie die Ärmel raufkrempelt und Menschen hilft. Menschen, egal in welcher gläubigen Verfassung, Hauptsache sie haben Hilfe nötig. Not sehen und handeln, heißt das alte Caritas-Motto. Und das tun die vier. Faszinierenderweise heißt das, als Jesus ihren Glauben sah. Also ehrlich gesagt, Jesus hat nicht mal die Menschen gesehen, denn die waren über ihm auf dem Dach. Und ihren Glauben hat er schon mal überhaupt nicht gesehen, von einer geheimnisvollen Herzensschau abgesehen. Aber was er sieht, ist das Ereignis dieser, wie soll man sagen, dieses Freibeuterstückes, was die da aufführen. Nämlich, dass auf einmal von oben, ich stelle mir vor, wie das Gerede, er stirbt, als da von oben plötzlich einer an vier Stricken herabgelassen wird. Und das wird ihm, so bin ich sicher, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Und das hat er für ihren Glauben genommen. Also das gute Werk, das sie zur Heilung dieses Menschen getan haben, ihre Gewitztheit und ihre Energie und ihre intelligente Hilfsbereitschaft, das nimmt er für ihren Glauben. Und auf diesen tatkräftigen, karitativen Glauben hin, auf diese praktizierte Nächstenliebe hin, da sagt er dem Gelähmten, meine, deine Sünden sind dir vergeben. Denn der hat auch nichts gesagt und seinen Glauben auch nicht bekannt, aber Jesus sieht, was ihm wirklich fehlt und wo er ansetzen muss, dass dieser Mensch wieder ganz in sein Heil kommt. Wenn Sie, die Sie mir zuschauen, auch so mehr auf der Ärmelaufkrempelseite tätig sind, dann seien Sie mal sicher, dass Sie in der Mitte und am Herzen der Kirche tätig sind, dort, wo Bedürftigen geholfen wird. Gott segne und behüte Sie alle.